Wir möchten über unsere App direkt Dateien in die SharePoint-Dokumenten-Bibliothek hochladen können. Dazu nutzen wir das Anhangsteuerelement und am Anfang dieses Videos werden wir uns erstmal anschauen, wie wir mit diesem Steuerelement arbeiten können. Das ist nämlich nicht ganz trivial, allerdings erlaubt es uns direkt fortgeschrittene Funktionalitäten, wie beispielsweise Drag & Drop zu verwenden. Das heißt, wir können Dateien zu diesem Steuerelement hinzufügen, indem wir entweder auf Datei hinzufügen klicken, dann öffnet sich der Dateiexplorer und wir können ein oder mehrere Dateien auswählen oder wir können Dateien in unseren Ordnern oder beispielsweise auf dem Desktop markieren und dann direkt in dieses Anhangsteuerelement ziehen, sodass die dort hinzugefügt werden. Die hinzugefügten Dateien können wir dann in die SharePoint-Dokumenten-Bibliothek hochladen mit einem Power Automate Flow und diesen Flow können wir auf zwei verschiedene Arten ausführen. Einmal, indem wir in unsere App einen Button einfügen und diesen Flow dann darüber ausführen oder wir können den Flow automatisiert ausführen lassen, sobald ein oder mehrere Dateien zu diesem Anhangsteuerelement hinzugefügt werden. Am Ende des Videos werden wir uns noch der Benutzerfreundlichkeit unserer App zuwenden, sodass ein Ladebildschirm erscheint, solange die Dateien hochgeladen werden und es erscheint ein Erfolgsbildschirm, sobald alle Dateien erfolgreich hochgeladen worden sind. Also, lass uns direkt mit der Erstellung unserer App starten. Los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir starten in Power Apps, indem wir eine leere App erstellen. Wir gehen dazu auf leere App, gehen dann in dem Fenster, das sich öffnet, auf Erstellen bei leere Canvas App. Da klicke ich einmal drauf, benennen unsere App in SharePoint Dokumentenbibliothek um und dann klicken wir auf Erstellen, sodass unsere App erstellt wird. In der App angekommen, fügen wir uns ein Beschriftungsfeld ein. Das finden wir in der Gruppe Anzeige und das nutzen wir als Überschrift. Ich mache da einen Doppelklick drauf. Wir sagen auch hier SharePoint Dokumentenbibliothek. Damit möchten wir heute arbeiten. Wir ziehen das so breit wie den Bildschirm, auch ein bisschen höher. Verändere den Schriftgrad mal auf 45. Textausrichtung zentrieren wir. Und dann verändern wir die Hintergrundfarbe zu einem Blau und die Schriftfarbe, die machen wir weiß. Jetzt möchten wir unser Anhangsteuerelement hinzufügen und das machen wir über ein Bearbeitungsformular. Wir gehen in die Gruppe Eingabe und finden hier das Bearbeitungsformular. Das Anhangsteuerelement ist nämlich nicht einzeln verfügbar, zumindest noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal ein Bearbeitungsformular einfügen, das mit einer SharePoint-Liste verbinden und dort finden wir dieses Anhangsteuerelement dann. Wir fügen also das Bearbeitungsformular hinzu. Ich ziehe das mal ein bisschen nach unten. Und dann verändern wir die Datenquelle. Dort finden wir die Verbinder und wir nehmen jetzt SharePoint, verbinden das mit einer beliebigen SharePoint-Webseite und einer beliebigen Liste. Wir sehen auch gleich, warum das keinen Unterschied macht. PowerApps fügt dann automatisiert die Felder hinzu und hier ist immer eine Anlagenspalte in SharePoint. Und hier finden wir jetzt diese Data Card, die sehen wir, wenn wir in die Strukturansicht gehen. Und dort sehen wir auch eine Büroklammer. Und dieses Steuerelement, dieses Anhangsteuerelement, das möchten wir jetzt haben. Dazu schneiden wir es einmal aus mit STRG X. Und dann gehen wir auf unseren Bildschirm, bügen das hier ein, damit wir hier arbeiten können. Das ist jetzt ein bisschen größer geworden. Die Bearbeitungsformen können wir noch einmal herauslöschen komplett. Und dann nehme ich mal die Data Card, ziehe die ein bisschen nach unten. Wir machen die ein bisschen kleiner. Zentrieren die mittig. Ich benenne das Ganze auch mal um in ATT für Attachment. Und dann sagen wir hier ATT Dateien. So, und dann sehen wir jetzt gerade noch ein rotes X. Und das deutet darauf hin, dass wir gerade noch Fehler haben in diesem Steuerelement. Und die beheben wir. Wir klicken hier drauf. In der Bearbeitungsleiste bearbeiten. Jetzt wurde im Eigenschafteneditor automatisiert Border Color ausgewählt. Und diese Border Color, die bezieht sich auf Parent, also auf das darüber liegende Steuerelement. Und dieses Steuerelement hat jetzt keine Border Color mehr, weil das eben nicht mehr die Bearbeitungsform ist, sondern jetzt unser Bildschirm. Wir können das einmal verändern, indem wir hier sagen Color.Black als Border Color. Es bestehen weiterhin Fehler. Deswegen machen wir dasselbe nochmal. In der Bearbeitungsleiste bearbeiten. Das ist jetzt der Tooltipp, also der Hinweis. Wenn wir über dieses Steuerelement drüber gehen, das können wir einmal komplett rauslöschen. Wir haben einen Fehler bei den Items. Auch hier, wir wählen das einmal komplett weg. Wir brauchen hier standardmäßig keine Items in unserem Attachment-Steuerelement. Und dann gehen wir nochmal auf Display-Mode. Und hier hinterlegen wir jetzt Display-Mode. Das soll im Edit-Mode sein, also bearbeitbar. Okay, wir können das Ganze einmal testen. Ich führe das mal aus. Wir können hier auf Datei anfügen klicken. Dann öffnet sich der Datei Explorer. Wir können jetzt hier eine oder auch mehrere Dateien auswählen, wenn wir Steuerung halten. Das können auch beliebige Dateitypen sein. Wir sagen hier einmal öffnen. Dann werden die hier hinzugefügt. Wir können die auch wieder herauslöschen. Und wir haben ebenfalls eine Drag-and-Drop-Funktionalität. Das heißt, ich ziehe jetzt hier mal zum Beispiel diese zwei Dateien. Die ziehe ich jetzt hier herein. Und auch dann werden die hier hinzugefügt. Gut, jetzt möchten wir diese hinzugefügten Dateien in die SharePoint-Dokumenten-Bibliothek hochladen. Und dazu nutzen wir einen Power-Automate-Flow. Und diesen erstellen wir jetzt erstmal. Wir gehen also mit Escape aus dem Vorschau-Modus heraus. Und dann haben wir hier die Möglichkeit mit Power-Automate zu arbeiten. Wir gehen auf Neuen Flow erstellen. Klicken da einmal drauf. Es öffnet sich ein neues Fenster. Wir haben hier die Möglichkeit mit bereits erstellten Flows zu arbeiten oder einen neuen Flow erstellen. Wir möchten einen komplett neuen Flow erstellen. Deswegen klicken wir hier drauf. Und jetzt sehen wir hier Power-Apps V2. Das ist eine neue Funktionalität. Und wir klicken hier einmal drauf. Wir können eine Eingabe hinzufügen. Und zwar möchten wir mit einer Datei arbeiten. Und dann sagen wir, wir möchten einen neuen Schritt haben. Und hier möchten wir jetzt mit SharePoint arbeiten. Wir suchen hier also einmal nach SharePoint. SharePoint finden wir hier. Ich gehe ein bisschen weiter nach unten. Wir möchten eine Datei erstellen in SharePoint. Dazu klicken wir hier drauf. Und jetzt braucht Power-Automate vier Informationen. Einmal auf welcher Webseite möchten wir diese Datei erstellen. Wir können hier unsere Optionen anzeigen lassen. Jetzt werden die SharePoint-Seiten geladen. Ich wähle hier mal Power-Apps Team aus. Dann können wir einen Ordnerpfad festlegen. Auch hier können wir die Auswahl anzeigen. Und jetzt ist es so, dass hier alle Ordner angezeigt werden auf dieser SharePoint-Seite. Wenn wir in einen Unterordner möchten, dann gehen wir hier auf den Pfeil nach rechts. Da können wir also draufklicken. Wir kommen wieder zurück, wenn wir hier links oben auf SharePoint klicken. Und wir sagen jetzt mal, dass wir das in den Shared Documents hinterlegen. Deswegen klicken wir da einmal drauf. Den Dateinamen, den überspringen wir kurz. Wir gehen zum Datei-Inhalt. Und dann wird uns hier ein Datei-Inhalt auch schon vorgeschlagen. Den können wir übernehmen. Und wenn wir jetzt darüber hovern, dann sehen wir, was da eigentlich dahinter steckt. Da steckt nämlich Trigger-Body, eine Funktion dahinter, die auf File geht, also auf die Datei. Und dann sehen wir, wird von dieser Datei Content-Bytes ausgelesen. Das ist also der Datei-Inhalt. Und wir möchten beim Dateinamen was ziemlich ähnliches machen. Deswegen nehmen wir das einmal, kopieren das mit STRG-C, gehen in den Dateinamen und gehen hier auf den Ausdruck. Und hier können wir jetzt mit STRG-V das, was wir gerade rauskopiert haben, wieder einfügen. Wir nehmen einmal die geschweifte Klammer ganz hinten weg und auch einmal vorne und auch das Add-Zeichen nehmen wir weg. Und statt Content-Bytes möchten wir hier den Namen auslesen. Okay, jetzt bestätigen wir das Ganze mal mit OK. Wir benennen diesen Flow einmal um. Wir sagen hier SharePoint-Dokumenten-Bibliothek. Und dann speichern wir uns diesen Flow einmal ab. Und bevor wir jetzt mit diesem Flow arbeiten, zeige ich gerade auch mal die neue Power Automate-Version. Die ist nämlich noch nicht in Power Apps integriert. Ich denke aber, dass die in den nächsten Wochen oder Monaten dort integriert wird. Und dort verändert sich dieser Ablauf leicht. Deswegen zeige ich das einmal im neuen Power Automate. Und dort gelangen wir hin, indem wir auf unser Waffelmenü gehen. Und ich sehe jetzt hier Power Automate direkt. Falls du das noch nicht siehst, dann musst du auf alle ihre Apps erkunden gehen. Und dort wirst du dann Power Automate finden. Wir klicken dort einmal drauf und landen jetzt in der Power Automate-Oberfläche. Und ich zeige jetzt hier einmal, wie wir diesen selben Flow dort erstellen würden. Wir gehen dazu auf Erstellen, gehen dann auf sofortiger Cloudflow. Da klicken wir einmal drauf. Hier haben wir jetzt Power Apps V2 schon. Da klicken wir einmal drauf, geben dem Ganzen auch einen Namen. Wir sagen hier SharePoint, Dokumenten, Bibliothek. Ich sage jetzt einfach mal 2. Erstellen das Ganze. Dann müssen wir auch hier auf Power Apps einmal draufklicken. Und müssen eine Eingabe hinzufügen, nämlich eine Datei, also ein File. Und dann brauchen wir einen neuen Schritt. Da klicken wir drauf, auf das Pluszeichen und dann auch auf Aktion hinzufügen. Und wir suchen jetzt auch hier nach SharePoint. So, lassen uns alles anzeigen, über mehr anzeigen. Und dann sehen wir hier Datei erstellen. Da klicken wir einmal drauf. Jetzt haben wir auch hier Webseite, Adresse können wir auswählen. Wir können den Ordnerpfad auswählen. Ich gehe hier ein bisschen nach unten für Shared Documents. Und jetzt ist eben die große Veränderung für diesen Ablauf, wenn wir auf Dateiname gehen, dann können wir auf diesen Blitz gehen. Und dann haben wir hier gleich Dateiinhalt, nicht nur Content Bytes, sondern auch den Namen. Das heißt, hier können wir das direkt auswählen. Und wir können hier unten Content Bytes auswählen. Und können das abspeichern und dann damit in Power Apps weiterarbeiten. Okay, wir wechseln jetzt nochmal in Power Apps. Dazu schließe ich den Tab für Power Automate. Ich verlasse das, ohne das Ganze zu speichern. Und mit einem dieser erstellten Flows arbeiten wir jetzt weiter. Ich arbeite mit dem weiter, der in Power Apps erstellt wurde. Und zwar möchten wir diesen Power Automate Flow triggern, also ausführen, wenn wir auf einen Button klicken. Und dazu müssen wir uns einen Button einfügen. Wir sehen hier die Schaltfläche. Ich ziehe die nach unten. So. Wir nennen die einmal um oder den Text verändere ich, der da drauf steht. Wir sagen hier hochladen. Und dann gehen wir in die On-Select-Aktion dieses Buttons. Und jetzt brauchen wir eine Schleife über alle Anhänge in unserem Anhangsteuerelement. Und dafür arbeiten wir mit der For All-Schleife. Wir sagen also For All. Und welche Elemente möchten wir jetzt abgehen? Wir möchten die Elemente abgehen in unserem Steuerelement attt-Dateien. Und dann hat das eine Sammlung, das ist die Attachments-Sammlung. Und die gehen wir jetzt Schritt für Schritt ab. Und die Elemente, die da drin sind, die können wir benennen, damit unser Code ein bisschen übersichtlicher ist. Und wir benennen die als Datei. Also wir können die jetzt referenzieren mit Datei in unserer Schleife. Und jetzt ist die Frage, was möchten wir in unserer Schleife machen? Wir möchten den Power Automate Flow ausführen. Dazu gehen wir auf den Namen dieses Flows, also SharePoint, Dokumentenbibliothek. Bei mir wird das auch vorgeschlagen. Und dort möchten wir die Dot-Run-Aktion ausführen. Das übernehmen wir also einmal mit der Tab-Taste und dann sagen wir Klammer auf. Hier übergeben wir einen Datensatz, der mit File beginnt. Doppelpunkt. Und dann übergeben wir einen zweiten Datensatz. Und hier sagen wir Content Bytes. Das war ja der Dateienhalt. Den müssen wir übergeben. Und den finden wir in unserer Datei, in dieser Schleife unter Datei, Punkt, das ist der Value. Und wir möchten auch noch den Namen der Datei übergeben. Wir sagen also Name, Doppelpunkt, das ist Datei, Punkt, Name. Okay, wir beenden das Ganze mit geschweifter Klammer zu, noch einer geschweiften Klammer zu und zwei runden Klammern zu. Und dann testen wir das Ganze einfach mal. Wir führen unsere App aus und dann sagen wir Hochladen. Es passiert irgendwas. Wir gehen mal auf SharePoint und überprüfen mal in PowerApps Team, ob diese Dateien hinzugefügt worden sind. Wir gehen zu Dokumente und jetzt finden wir genau diese beiden Dateien, die hier hochgeladen worden sind. Es macht auch immer Sinn, sich diese Dateien nochmal in SharePoint anzuschauen, ob die auch wirklich erfolgreich hochgeladen worden sind. Das hat bei uns funktioniert. Ich nehme jetzt nochmal beide und lösche die heraus, damit wir immer eine leere Dokumentenbibliothek haben und dann wirklich sehen, ob Dateien erfolgreich hochgeladen worden sind. Denn in PowerApps möchten wir jetzt noch ein paar Veränderungen vornehmen. Zum Beispiel möchten wir uns ein Ladebildschirm einfügen und wir möchten es auch so machen, dass die Dateien aus unserem Anhangsteuerelement wieder herausgelöscht worden sind, wenn die erfolgreich hochgeladen worden sind. Wir gehen da also Schritt für Schritt vor und dazu gehen wir mit Escape erstmal aus dem Vorschau-Modus heraus. Und wir sagen jetzt, wir fügen uns einen Ladebildschirm ein. Das machen wir, indem wir in den einzufügenden Steuerelementen auf Formen gehen. Dort finden wir das Rechteck. Das nehmen wir uns einmal, ziehen es nach links oben, machen es genauso groß wie den Bildschirm und dann verändern wir die Farbe. Ich nehme hier mal das hellste Grau, das vorgeschlagen wird, also 237. Und dann gehen wir mal auf Benutzer definiert und wir können das jetzt leicht durchsichtig machen. Zum Beispiel statt 100% dieser Füllfarbe nehmen wir jetzt mal 80% der Füllfarbe. Und dann haben wir so einen leicht durchsichtigen Hintergrund. Auf diesem Hintergrund fügen wir uns jetzt in der Gruppe Layout einen Container ein. Der Vorteil von so einem Container ist, dass wir hier einen Schlagschatten einfügen können. Und den verändere ich mal zu Extra Bold und wir können die Farbe auch mal von diesem Container auf Weiß verändern. So sieht das jetzt aus. Ich mache das ein bisschen weniger hoch, aber wir können es vielleicht ein bisschen breiter machen. Und dann zentrieren wir das Ganze mal. Und jetzt möchten wir auf diesem Container verschiedene Steuerelemente hinzufügen. Im ersten Moment einen Spinner. Und diesen Spinner, diesen Ladebalken, den fügen wir über die modernen Steuerelemente ein. In ein paar Wochen oder Monaten wird das, denke ich, auch in Power Apps komplett integriert sein. Aktuell müssen wir uns die noch aktivieren über die Einstellung. Im Tab Allgemein finden wir, wenn wir hier ein bisschen weiter nach unten gehen, die modernen Steuerelemente und Designs. Das machen wir jetzt einmal auf Ein. Dann schließen wir das. Und jetzt hat sich links in unserer Leiste ein bisschen was verändert. Wir sehen jetzt klassische und moderne Steuerelemente. Und unter den modernen Steuerelementen finden wir in der Gruppe Vorschau diesen Spinner, diesen Ladebildschirm. Und den können wir jetzt hier einmal einfügen. Und den verändern wir. Wir können die Beschriftung verändern. Wird hochgeladen, können wir hier sagen. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann möchten wir die Beschriftungsposition auf Below, also darunter festlegen. Und die Spinnergröße, sagen wir jetzt mal, setzen wir auf Huge fest. Okay. Wir gehen nochmal in die Strukturansicht. Und wir nehmen unseren Container mit gehaltener Steuerungstaste, markieren wir auch unseren Rectangle, also unser Rechteck, das den Hintergrund ist. Und wir sagen hier, rechtsklick, gruppieren das Ganze. Setzen das auf grp-spinner fest. Und von dieser Gruppe setzen wir jetzt die Visible-Eigenschaft, also die Sichtbarkeits-Eigenschaft. Das ist gerade immer auf True gesetzt. Und das möchten wir von einer Variable, die wir jetzt hier mal benennen als VRR-Spinner, abhängig machen. Und diese Variable, die setzen wir, wenn wir auf unseren Button klicken. Ich mache die Bearbeitungsleiste einmal ein bisschen größer. Und dann sagen wir, direkt wenn wir da draufklicken, soll dieser Ladebildschirm erscheinen. Das machen wir mit Set. VRR-Spinner. Und dann soll das auf True gesetzt werden. Danach soll For All ausgeführt werden. Und zum Schluss soll dann dieser Spinner wieder weggehen. Das machen wir mit Set, Klammer auf, VRR-Spinner, Semikolon, False. Was wir auch noch machen in diesem Schritt direkt ist, dass wir unser Anhangsteuerelement einmal leeren, nachdem die Dateien hochgeladen worden sind. Wir sagen also danach Reset, Klammer auf, ATT, Unterstrich Dateien, Klammer zu. Und auch hier nochmal zwei Semikolons. Auch das testen wir nochmal. Wir führen die App aus. Wir laden diese beiden Dateien einmal hoch. Jetzt sehen wir unseren Ladebildschirm. Wir gehen einmal in SharePoint mit F5. Erneuere ich diese Seite. Und jetzt sehen wir, dass die beiden Dateien wieder erfolgreich hochgeladen worden sind. Ich lösche auch die noch einmal heraus. Denn wir möchten jetzt noch einen letzten Test machen in unserer App. Und zwar möchten wir uns jetzt mal die Version anschauen, dass wir gar keinen Button haben, über den wir unseren Power Automate Flow ausführen. Sondern dieser Flow soll automatisch getriggert werden, sobald eine oder mehrere Dateien zu unserem Anhangsteuerelement hinzugefügt werden. Wir gehen also nochmal auf unseren Button. Wir nehmen diesen kompletten Code. Ich kopiere den. Und dann machen wir dieses Steuerelement mal unsichtbar. Ich klicke hier einmal auf Aus bei Sichtbar. Wir gehen auf unser Anhangsteuerelement. Und da gibt es die Aktion On Add File. Da klicke ich einmal drauf. Also immer, wenn eine oder mehrere Dateien zu diesem Anhangsteuerelement hinzugefügt werden, wird diese Aktion ausgeführt. Und hier hinterlegen wir jetzt mal unseren Code. Das heißt, der Spinner wird sichtbar gemacht. Wir laden die ganzen Dateien hoch. Dann wird unser Anhangsteuerelement geleert. Und der Spinner wird weggemacht. Und was wir zum Schluss jetzt auch noch haben möchten, ist, dass wir dann einen Erfolgsbildschirm anzeigen. Und diesen Erfolgsbildschirm, den designen wir sehr ähnlich wie unseren Ladebildschirm. Deswegen nehmen wir uns einmal die Gruppe Spinner. Und ich kopiere die einmal mit STRG-C und füge das nochmal ein mit STRG-V. Wir benennen diese neue Gruppe um. GRP. Wir sagen hier Erfolg. Und dann machen wir die gerade mal sichtbar. Das soll nicht von Far Spinner abhängig sein. Wir sagen einfach mal True. So sieht das aktuell aus. Und jetzt gehen wir hier einmal in diesen Container rein. Denn wir möchten hier gar keinen Spinner drin haben. Den lösche ich mal heraus. Sondern wir sagen, wir möchten in den klassischen Steuerelementen suchen wir mal nach einem Häkchen. Das fügen wir uns ein. Und wir fügen uns weitere Steuerelemente ein. Und zwar brauchen wir noch ein Beschriftungsfeld. Das finden wir in der Anzeige. Und wir möchten noch einen Button haben. Eine Schaltfläche. So. Diesen Container, den mache ich mal ein bisschen größer. So. Dann können wir den nochmal verschieben. Wir nehmen uns den Haken einmal. Den machen wir auch größer. Auf 100 Pixel in der Breite und 100 in der Höhe. Und können auch einmal die Farbe verändern. Wir machen das mal zu einem Grün. Ja. So. Das ziehen wir uns hier unten hin. Dann nehmen wir das hier. Die Breite des Beschriftungsfelds. Das legen wir als Parent.with fest. Und dann verändern wir mal den Text. Und wir sagen, die Dateien wurden erfolgreich hochgeladen. Zentrieren das Ganze mal mittig. Und hier unten der Text unseres Buttons ist einfach okay. Damit können wir diesen Erfolgsbildschirm auch wieder weg machen. Und das können wir direkt in der OnSelect Aktion hinterlegen. Wir sagen hier Set, Klammer auf, war Erfolg. Setzen wir dann auf False. Und dann machen wir die Sichtbarkeit auch abhängig von dieser Variable. Wir gehen also auf unsere Gruppe Erfolg. Gehen hier auf die Visible Eigenschaft. Und sagen, das ist von VAR Erfolg abhängig. Und diese Variable, die möchten wir auch sichtbar machen, nachdem wir etwas erfolgreich hochgeladen haben. Das ist gerade in der OnAddFile Aktion unseres Anhangsteuerelements. Das heißt, ganz am Ende sagen wir nochmal Set, VAR Erfolg auf True. Klammer zu. Wir führen das Ganze nochmal aus. Ich ziehe einmal den Ordner hier hin. Und dann nehmen wir uns mal ein paar Dateien. Und diese Dateien, die ziehe ich jetzt einmal auf die App. Dann werden die direkt hochgeladen. Wir sehen den Ladebildschirm. Und sobald das erfolgreich war, sehen wir jetzt unseren Erfolgsbildschirm, den wir auch mit einem Klick auf den OK-Button wegkriegen. Wir gehen nochmal in die SharePoint-Liste. Und dort sehen wir jetzt auch, dass die ganzen Dateien erfolgreich hochgeladen worden sind. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du das Anhangsteuerelement in ein komplettes Bearbeitungsformular einfügen kannst, um so zum Beispiel eine komplette Shopping-App zu erstellen, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Ich wünsche dir alles Gute bei der Umsetzung. Noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.